Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Jetzt hier das neue Vorstellungsvideo, das jetzt neu eingeführt wurde. Finde ich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall, ich bin eurer AKP, mache hier ein paar Let's Plays, Gameplays, paar Let's Tests, paar Vlogs, paar... Alles mögliche Gedönszeug, alles. Würde mich freuen, wenn da auch einfach mal ein paar Kommentare da ist oder solche Sachen. Ihr werdet auch meinen Kanal finden, Videos wie zum Beispiel jetzt momentan SimCity 5 zum Zeitpunkt März 2013. Dann noch Sachen wie Minecraft und Team zusammen, der tierisch guten Let's Plays, dann haben wir natürlich noch ein paar Autorennenspiele haben wir auf meinem Kanal und noch ganz, ganz viele andere. Also wirklich sehr interessant. Für jeden meist was dabei. Ja, aber es gibt euch noch viel zu sagen. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein ganz interessanter Kerl bin. Und ich bin meist sehr... ich bin verpeilt, aber auch nicht zu sehr. Also ist so ein... ist halt so ein gewisser Grad. Aber okay, gut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß erzählen soll hier. Meine Projekte sind das halt und ich würde mich freuen, wenn ihr was da lasst. Und vielleicht sehen wir uns dann in einem meiner Videos. Ich sag tschüss und bis dann, euer Radic Dick. Ich sag tschüss und bis dann, euer Radic Dick. Also wollte ich jetzt nicht gleich wieder hier drauf an, ich weiß Wohneschaft da das Ich Cuando auch Geld wird,rig, Druze ich nicht multipliz dla друга. Quelle, weil ich ents Fahrenheit natural war. Untertitelung des ZDF, 2020